Ahoi Leute und willkommen zu eurem neuen Part von Titan Quest Multiplayer mit dem Lefischi. Doktor Lefischi, wenn ich bitten darf. Sorry, tut mir leid, er hat ja promoviert. So, im letzten Part haben wir hier aufgehört, bei den Männaden und hier über dem Brunnen. Dann haben wir hier gerade noch ein paar Leute geklatscht, weil die haben die Hunde angegriffen und das ist asozial und unfreundlich. Das ging mir so ein bisschen auf den Sack. Ja, und ja, wir haben ja noch die Spartaner Quest fertig gemacht, wie man vielleicht gesehen hat. Hat man nicht. Ja, und das heißt, dass wir jetzt, ähm, ich glaube, wir sind dabei, ich bin dabei einmal gestorben und der Doktor zwei oder mal oder so. Zwei mal oder tausend. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er ein paar Mal gestorben. Ist nicht so schön gewesen, haben wir ein bisschen geweint. Da sind wir hier tauchen. Alter, wird der F. Willi. Brauchen wir hier wieder so eine kleine. Ja. Wieso hat Bayo Paya den eigentlich einen angeschissen, weil er in irgendeinem... Ja, weil man, vielleicht war das noch, äh, keiner weiß bisher. Okay, gut. Das wollte ich jetzt gerade wissen. Ja, das geht sich gar nicht einfach darüber, wie gerade reden. Ja, wir reden gerade über Insiderwissen. Weiß, das ist Inside Freddy und das Wissen ist bei mir. Bestell ich nicht. Ich auch nicht. Komm, wir müssen noch nach unten. Nach links. Weiß. Oh, jo, hier sind so viele Feinde, die Gei. Hm, schlägt. Schlägt. Was, dass wir dann brauchen wir noch für Griechenland? Äh, war, zu kurz. Maximal, oder? Denke ich mal so. Fällt doch ein paar mehr. Zauberte, das Ding, hier kann man was gut ausgestorben. Brauchst und Brunnen übrigens. Nach dem Diener, so ein Scheißdreck. Aber eines Gefühlers, der Kerl, der Muskelkraft. Schade. Schade. Ich will aber nochmal um das Thema zurückzukaufen, demnächst wird was Großes kommen. Wird ich schon mal drauf einstellen. Was soll ich tun? Suizid scheidet aus. Ich mag Forscher wissen. Ihr würdet Alligator vermissen. Ich muss erstmal wieder auf meine ganze Tastbelegung klarkommen. Es wird was sehr, sehr Großes auf euch zukommen. Falls ihr es gucken werdet. Werdet ihr wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, das kann ja schon laufen, während dieser Part rauskam, aber das stimmt ja leider nicht. Nein, der Part kommt doch schon demnächst. Ich weiß, eben. Wobei es cool wäre, wenn das schon laufen würde. Ich hätte todes Bock drauf, Alter. Ja, kann man ruhig machen, ne? Na, kann man nicht mehr. Das ist richtig geil. Das gefällt mir echt richtig gut. So was suche ich ja schon seit gewissen anderen Projekten. Ich hab da noch nie gesucht, die wurden einfach eingeladen und dann... Ich auch. Warum nicht? Ich hab aber schon dann... Nein, du wurdest vorgeschlagen von uns. Ja, Kirschi wurde eingeladen, ne? Ich auch. Aber egal, lass das Thema weg. Woher kennt ihr Spaß durch eigentlich? Erstens, er ist kein Spaß, dann zweitens... Er hat uns einfach gefunden. Aber egal, wir sollen nicht so viel darüber reden. Worüber denn? Ich weiß nicht, wo du redest. Ich auch nicht. Dumm? Such gay, such Kirschi. Ach ja, Kirschi, ich bin bestimmt dahin da. Der ist schon, der ist schon dumm im Kopf. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Bodenbrecher, was ist das für ein Name? Nimmt der Boden und zerbricht ihn einfach. Er springt einfach drauf. Er ist einfach so fett wie Aaron. Oder so fett wie Julie Payne. Spanchen dick. Quick, quick. Oder wie Schmierblut. Ist hier die Quest? Ja, aber hier geht's noch weiter. Ah, okay. Weißt, wo wir lang müssen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß das natürlich. Ich glaub, wir kommen gleich zum Labyrinth. Das ist zum 7. Mal ankündiger wie du. Komm, kommen dann, kommen dann die Roboter? Ich glaub schon. Ich glaub, es ist der Ordnung ist und ich, äh, glaubst du, der Ordnung ist nicht einfach nur ein Nebenquest, weil... ...sieht hier so weit aus. Und da oben war noch ein Brunnen. Wenn wir den nächsten Brunnen sehen, gehen wir zurück. Ich hab den Brunnen schon gesehen. Der war auch schon auf der Karte, als wir, ähm, äh, vor der Brücke waren. Ich hab den zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja, du bist nicht da hingelaufen. Ja, okay, da oben ist noch ne Hölle, lass erst mal zurückgehen. Ja, oder? Wir hätten wenigstens die Quest annehmen können. Ja, hätten wir. Konnten ja auch von sich wissen. Genauso wie, äh, genauso wie in meinen, ähm, Half-Life-Lots-Plays. Ich, 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 ich guck nicht erst, ob der eine Weg frei ist und, äh, also ich, ich guck nicht erst, ob sie noch irgendwie weitergeht. Ich geh dann erst zurück und geh dann die andere Weg und dann merk ich, dass das weitergeht. Dann geh ich nochmal zurück und dann merk ich, dass da einfach eine Sackgasse war. Spielervoll. Ich noch nicht, ich bin gerade aus meinem Helm. Geht doch voll. Äh, mich skimmert kurz. Ja, ich mach hier in der Zeit weiterkalt. Ja, rrrrrr. Alter, ich finde, man sollte mehr, äh, Fähigkeitspunkte bekommen. Ist so, drei Stück nicht viel zu wenig. Vor allem, wenn du nur zwei Sachen skillen willst. Ja. Meine Angriffsqualität. Und vor allem, weil man ja nur bis zu Level 75 gehen kann. Kann man eigentlich alles vollskneiden oder nicht? Ich weiß es nicht. Kannst ja ausrechnen. Mach ich nochmal mein Gift-Einhörer. Ich geh jetzt gleich nicht zu der Quest, ne? So, ich bin jetzt auch schon wieder fertig. Gut, gut. Da ist auch noch eine Höhle. Was soll denn das? Was ist ein Timer? Ich glaube schon, also ich habe ihn angemacht. Ich habe ihn noch gestartet. Ich rede mal mit dem Toten. Hallo, mein Name ist Xanthippus. Hier, ich bin ein Heiler. Ja, Neveka, siehst du? Ja, er heißt übrigens, äh, Fährt. Xanthippus. Pippus ist Fährt. Nein, das ist es nicht. Doch. Ich weiß. Jetzt hast du aus Christoer gelernt, oder? Nein. Das habe ich als Gärtner gelernt. Als Gärtner. Ja. Pippo-Kastanum. Pferde-Baum. Rost-Kastanum. Nein, Pferde-Baum. Rost-Kastanum. Sorry, nicht Rost. Er legt ein Piers-Kastanum für dich. Ich will mal Rost-Kastanum sagen. Rost-Kastanum wäre knapp was anderes. Kann man die nicht essen? Ja. Rost-Kastanum, ja, Rost-Rost-Sage-Sage. Äh, nein, Rost-Rost-Kastanum kann man nicht essen. Das sind die, die einfach nur in so einer Schale hängen. Es gibt noch die S-Kastanum oder Edelkastanum. Ich habe ihn nicht getroffen. So, Boss ist der aber nicht. Also der ist jetzt nicht so wie gewisse andere Bosse. Ich? Nein, ich meinte es eigentlich gerade eher Batman, Dr. 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 Batman, der Boss. Ich also. Ja, genau. Ist das normal, dass ich die Nebenaufgaben nicht aktualisiert habe? Ja, glaube schon. Ja, aber du hast gerade übrigens so leckert, dann übrigens ein bisschen durch die Map. Okay, ich stehe eigentlich direkt neben dir. Ja, eben gerade hast du eben gerade was, hast du plötzlich zur Kiste geportet und dann warst du wieder, äh, dann plötzlich weiter. Egal, YOLO. Oh, du hast noch mehr Bosse. Oh, und das ist ein richtiger Boss. Nein, das ist ein Hellenmonster. Ja. Das ist das, der heisst genau. Alter, ich bin fast tot. Scheiße. Kann ich nicht heilen, wo bist du? Ich bin hier, ich bin hier. Ich habe es versucht, ich kann, ich bin auch fast tot. Alter, wenn da, wenn da tausend Viecher drinstehen, dann kann ich dich nicht heilen. Heilst du dann die Viecher? Nein, aber ich kann dich nicht anklicken. Ich klicke dann eher auf meine Hundie als auf dich. Meine Hundie ist gerade gleichzeitig gestorben, ich hätte einen noch fast geheilt. Lebst du noch? Ja, ganz knapp. Ja, kannst du überhaupt toll gleich machen, wenn du uns Zeit hast? Ja, ganz knapp. Alter, du sporenst übrigens direkt neben dem Bossgegner. Offe ich. Hast du die anderen schon gestürzt? Ja, fuck, ich habe keine Tastenbelegung falsch gemacht. Einfach trank, der ist ja gar nicht so stark. Der ging eigentlich, die ganzen kleinen war die hängige. Er hat zwei ganz normale Schwan trau im Waffen fallen gelassen. Schuss Schuss Werden die dir immer noch angezeigt? Was? Die weißen Waffen? Ja Du solltest das vielleicht mal ändern Wow! Alter ich bin tot! Durch was? Weiß ich nicht, ich bin instant grade an den kleinen Spinnen gestorben Ich hab mich geheilt, dann hatte ich wieder 200 Leben, dann war ich instant tot Machst du mir kurz bitte, Hallo? Danke Ich hab irgendwie Hunger Liegt vielleicht daran, dass ich ganz danach nichts gegessen hab Doch, gefrühstückt gerade eben, aber irgendwie so ein Brötchen Ja ich hab gerade zum Frühstück erst mal Rührei gemacht Weißt du, wo ich jetzt richtig Bock hätte? Pizza? Bacon and Eggs Und Bohnen, Alter Bacon, Eggs, Beans, boah auf so nem richtig schön krossen Toastbrot Das wär grad richtig geil Mach halt Ich hab kein Bacon da, doch Eier hab ich 1000 Stück da ungefähr Das hört sich falsch an Und ähm Da kommt grad jemand wieder Ist ja auch schön Na Hm? Nichts, nichts Haben grad nur über dich geredet Hört man sie? Äh, mein Gott, irgendwas gehört Okay Hab nur gesagt, dass du jetzt wieder da bist Hab nicht gesagt wer du bist, hab nicht gesagt was du bist полностью Lassте ich halt Fantome spinnen Wow, 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 wow Alter, alter, alter Alter, alter, sind die Isa Wolltest du jetzt unbedingt im Internet angesprochen werden? nachdem du schon ein Part SCP von der Spieler gespielt hast? ähm, willst du den Dings haben? äh, eine Art Themisburgensee, dann hab ich eine Über. Ja, gerne. Eine Über? Die hab ich grad gefunden. Ja, ich würd schon sagen, ich krieg doch alle. So wie du alle Dinge ins Kriegst. Äh, Dämonenblute. Genau. Ich sag mir jetzt nur noch Dämonenblut, den Rest kannst du haben. Okay. Aua. Gut, dass es die ab, ähm, ähm, äh, 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 gibt, nicht mehr gibt. Sicher? Ich, das ist zumindest kein Gegner, der, äh, Dämonenblut droppt. Gut, dass ich die Gegenstände gar nicht mehr angezeigt kriege. Du, das ist so schnell weg, dass sie mir nicht mehr angezeigt werden. Hier ist noch was? Ja, da war noch. Sag mal, die ist geboren. Äh, die Chetienrüsten, die werden nicht besser. Die sind komplett, die sind genauso wie, ob sie in Teger waren. 24 Rüstung, die behindert. Oh, da hab ich richtig viel Scheiße jetzt. Ich hab ne Waffe für dich, zwei Stück, aber die sind beide schlecht. Ach so, den Stab von dem Schwastier. Geh mir die Quest ab. Soll ich die abgeben? Ja, gib die ruhig auf. Warte, ich will ab kurz rausgehen, damit ich Punkte kriege. Ich hab schon draufgedrückt. So. Ja, ab, Punkte kriegt 5000. Aber bessere Energie dran, chillig. Bessere Energie dran? Ja, nice, wir haben jetzt große, große Sachen. Ein, nein. Fünf Stück. Oh, fünf, chillig. WTF, das ist nice. Ja, muss ich besser noch skillen. Stärke und Stärke. Stärke und Stärke. Stärke. Ja, das ist wirklich super. Stärke. Stärke, super. Ich was Scott-Markenzen. Ich hab Diabetes. Du bist das, das sagst du, man zur Welt. Dann bist du aber Hulk Hogan. Ich was Scott-Markenzen. Nee, kenn ich mich. War nicht. Warum aus Park? Ach doch, ja. Warum lebt jetzt alles wieder? Weil wir den Heilstamm aufgesammelt haben und er hat alle geheilt. Toll. Sogar die Truhe lebt wieder nice. Er hat mir gelootet? Ja, wir haben ja alles gelootet. Haben wir schon was gelesen? Komm, hier liegen sie noch die alten Leichen. Nein, bei mir nicht. Bei mir liegen noch die alten Leichen. Wahrscheinlich, weil du geleckt hast, es hier alles neu gut gemacht. Gut gemacht. Äh, was ist das? Was ist das? Überlebensinstinkt. Äh, der Instinkt. Äh, äh, äh. Was gilt ich denn eigentlich als nächstes? Das dauert nach fünf, das mache ich erstmal nicht. Äh, auf eine Wunde. Okay, das gilt ich noch mal. Ah, okay, damit machen die mehr Schaden, cool. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder auf Passivschaden. Bisschen, dass ich mein, äh, Gift drüber mache und vielleicht sogar mein, äh, Wurfmesser mache. Wie lange ich mehr geskillt. So. Kommst du da, oder? Ja, ich skillst du da, meine ganzen Stats aktivieren. Ich habe jetzt fast 1000 Leben. Oh, ich habe bis 1200 Leben, wenn du in der Nähe bist. Schon, ich muss das ja auch wieder anmachen. Was? Äh, meine beiden passiven. Ach, ja, Klingenschärfen und so, ne? Ja, Klingenschärfen. Alter! Gute Traumwelle. Gut, dass ich die gerade zerfickt habe, ey. Warm. War warm. Da liegt was für dich. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich habe nur ein bisschen Hunger. Da hast du eine Brücke. Machst du was zu essen? Da hast du eine Schweine Heilung. Aktivieren halt einfach. Ja. Die Dinger sind eh komplett überbesertet. Vor allen Dingen, wenn du so einen Teil in der Luft einfrirst, richtig realistisch. Ja, ich finde es cool. Am besten fand ich die... Guck, da ist der Brunnen, den ich gemeint habe. Ja, ich sehe das nicht noch. Ja, wir müssen erst mal aktivieren, oder? Ja, warte mal. Da oben ist aber noch eine Höhle, ne? Ja, wir aktivieren nur kurz den Brunnen und gehen dann wieder zurück. Ja. Klippen von Kairathos. Klippen von Kairathos. Kairathos, Kairathos, okay. Skywodka, was? Skywodka? Skymaster? Skywodka, wo gehen wir denn jetzt? Abo-Käufer und so? Skyplaser? Ich wette, die gibt es irgendwo ganz günstig. Was gibt es denn für ein Assi-Land momentan? Russland. Okay. Da kriegt man momentan bestimmt richtig günstig Abos gekauft. Was ist überall gekauft mit Fake-Account? Was zur Hölle? Ja, in Korea, in Russland. In Korea gibt es aber auch genug Leute. Da fällt das nicht hier auf. Ja, in Korea sind es aber momentan relativ teuer. Warum? Sollten ja teuer sein. Momentan sind es teuer auf jeden Fall in Russland. Aber weißt du das? Weiß ich nicht. Ich habe 13 Abonnenten. Ich habe mir bestimmt keine gekauft. Ja, ich habe mir meine 13 Abonnenten gekauft. Ja. I take what legs. Ich auch. Bei mir ist es aber normal. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Was? Ich hatte es, wenn die Schlampe sagt, diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Dann denke ich mir immer so, f*** dich. Wie sagt er so? Ja, aber ich dauernd... Ich habe die Gasse-Elfe noch nie gehört. Ich habe dauernd keine Energie. Achso, ja. Ich habe immer Energie. Meine Schockwelle verlangsamt. Es lag gerade des Todes. Und Freddys Videoqualität ist übrigens besser als meine. Wieso? Weil du im besseren PC erst und auf höhere Auflösung spielst. Warum sagst du das jetzt? Warum nicht? Wir sind jetzt ein Part 24. Ja. 25, sorry. Und da sagst du, dass meine Bildqualität besser ist. Ja. Ja, weil ich es erst letztens mitgekriegt habe. Achso, nee. Du siehst jetzt nicht klar, dass ich sofort auf höchster Grafik spiele. Doch, mir war es klar. Aber ich habe es halt noch nicht gesehen gehabt. Warum hast du es letztens gesehen? Weil ich letztens doch ein Part bei dir geguckt habe mit dir. Titan Quest, wir haben noch Ding geguckt. Was? Äh, äh, Game Art. Wir haben auch Titan Quest schon geguckt. Nein, ich habe Titan Quest bei dir mal in Park geguckt auf YouTube. Weißt du, das ist so eine coole Internetplattform für ganz hippe Jungs. Ich kenne dich nicht, ich wusste das. Das ist eine Internetplattform für ganz hippe Jungs. Ja, für so Hipsters. Ja, oder so möchte ich ein YouTube-Adication. Möchte ich ein YouTube. Du hast keinen Platz mehr. Fick dich doch. Eine geprägte ist voll scheiße. Was? Ich schütze eine geprägte Rüstung, die scheiße ist. Da fährt gerade irgendwer mit dem Motorrappchen vorbei. Ja, das bin ich. Oh, na. Dann trinkst du erst die großen Dreck, ist der mega behindert. Normal. Ich habe schon... Nein, ich habe bisher erst einen getrunken. Ich auch. Und alles andere habe ich kleine getrunken, glaube ich. Können wir auch erstmal nach oben gehen, hier? War aber in Sacred genauso, ne? Meileide. Oh, da hast du einen Boss. Oh, oh, Hilfe! Ich gehe hier rein, plötzlich spawnen hier so im Kreis, äh... Ja, übertreib halt noch mehr. Ich lenke ihn ab. Achso, da war ich ja mehr Schaden macht alles. Bestimmt. Stimmt, das sind ja Gelettgegner hier. Gelettgegner. Ja, der ist sowieso schon abguckt, wie viel Schaden die da macht zusammen. Oh Gott. Dein Gepäck ist voll. Du hast keinen Platz mehr. Er hat nichts Gutes verloren, ernsthaft. Und ich... Übrigens, mein Gepäck ist voll. Du hast aber keinen Nebenkurs, oder? Ja, die sind schlecht. Nein. Schreine waren auch halt der. Gut gemacht. Hauptsache, die Rüstung ist richtig scheiße. Sieht zwar richtig lustig aus, aber ist richtig scheiße. Ja, Spukkirch gibt es doch schon totes Lang. Ja, aber nicht so einen. Ich habe den zumindest noch nicht gesehen. Schicklichkeit. Fangen wir mal auf Anforum. Brauchst du so einen? Was denn? Ein Helm? Ein Helm. Ein 40er Helm. Ein 40er Helm. Ich habe einen mit... Ich habe einen, warte mal... 43er, ein 50er Helm. Ach so, ja, sorry. Also ich habe einen Helm mit 33 Rüstung und 17 Rüstung plus. Gibt es da noch einen größeren Erk-Gesundheitstrank? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in... Ich in... In Ägypten kommt der nächstgrößere. Was dann wahrscheinlich wieder der hier ist. Und am Ende von Ägypten kommt dann wahrscheinlich noch einer. Dein Jopack ist voll. Boah, ich habe keinen Platz mehr. Nimm das mal mit, alles. Selber kam noch Platz. Ich bin auch gleich voll. Ja, die Höhle machen wir noch so. 2, 3. Können wir einkaufen gehen. Ja, dann nachts sowieso. Der Part, glaube ich, vorbei. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja gleich noch einer auf. Ich habe auch noch einen Palast für drei Parts. Nee, für vier sogar. Ja, wenn wir vier aufnehmen, hast du ja so scheiße. Ja. Das ist dann entweder... Du ziehst dann auf deine externe oder wir machen dann halt nur drei. Ja. Okay, hier liegt viel zu viel rum. Du hast keinen Platz mehr. Ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Doch für ein Alten habe ich noch Platz. Ja, das ist doch ein Stirnkranz. Na, aber ich habe gar nichts mehr Platz. Ich muss es verkaufen. Ich auch. Wolltest du die Part beenden oder verkaufen gehen noch? Wie spät ist es denn? Ich guck mal kurz. Ähm. Wir haben noch 23 Sekunden. Okay, wir beenden jetzt den Part. So Leute. Dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Tschüss.